Ich möchte als Frau ein Zeichen setzen, dass die Frauen sich nicht ducken sollen, sondern sich erheben sollen und selbstbewusst sein sollen, um ihre Werte einzustehen. Und es ist auch ein Aufschrei dafür, dass ich mich nicht maßregeln lasse als Frau, was ich zu tun und lassen habe, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit ist, die wir uns in 50 Jahren erarbeitet haben durch emanzipierte Frauen, dass ich das leben kann, was ich möchte als Frau in Freiheit. Und dafür stehe ich heute hier. Hier kommt ein Platzverweis für den Bereich hier. Ein Platzverweis. Hier kommt ein Platzverweis. Hier kommt ein Platzverweis. Hier kommt ein Platzverweis. Hier kommt ein Platzverweis. Hier ist er im Blick. Hier kommt ein Platzverweis. Hier kommt die grande Fähigkeit durch die neue Schule. Vielen Dank.